Schönen Tag 20 hier ist rum, das heißt für mich Freizeit, für Kirstin Arbeit. Kirstin, nächste Woche, was steht an? Ähm, ich muss mir nochmal so ein paar YouTube-Videos raus, so wie ich mir angucken kann, Glaus. Wie? Egal, ob es doch irgendwas zu tun. Wie bist du denn mit deiner Arbeitssituation zur Zeit zufrieden, also bist du damit zufrieden, oder? Ja, das ist super. Ich kann den ganzen Tag mich entspannen. Habt ihr euch eingegroovt? So gut eingegroovt, dass es jetzt so, ähm, so relaxed ist, dass man irgendwie gar nicht mehr merkt, dass man arbeitet. So, das ist mein Hotel für die Nacht. Also mein Hotelzimmer. Und, jo, grösentechnisch? Ziemlich akkurat. Also, größer als mein Zimmer und mein Schriftplatz zusammen. Schon ganz ordentlich.